Seid gegrüßt Gaming-Freunde für eine weitere Folge von Red Dead Redemption 2. Hier ist euer Don. Willkommen zurück. Wir machen gleich weiter mit der nächsten Mission. Und zwar geht es hier um Wer zum Teufel ist? Leviticus Cornwell. Wie im Vorgehen wird schon gesagt, es sind drei Missionen, die fließend übereinander gehen. Daher kann ich diese nur so stoppen und die einzelnen Missionen so durchspielen. Ich bin Deutsch, er ist beschäftigt mit dem Plan. Und Deutsch, ich bin Deutsch, diese Planung betrifft die Verabschung und die Träume. Ich dachte, dass du ihn mit seinen letzten Reihen hast. Jetzt sehe ich, dass du ihn mit deinem anderen Passagier introduzierst. Ich werde dir, dass du mir ein paar Respekt, Herr Morgan. Ich werde dir, Reverend. Du bist noch hier, dann? Ich habe dir das. Ja, dann kannst du mir bezahlen. Aber für den Momenten, einfach nur aufhören. Arthur! Ich denke, es ist Zeit für den train. Willst du kommen? Natürlich, ich würde, aber... Schau mal, ich war immer so dum, Dutch. Es ist nur ein Schrapp. Oh, noch nicht, Junge. Hallo, Abigail. Dutch. Jackie. Der Mann wollte dich sehen, John. Du sehen mich jetzt. Jetzt. Was ist noch von mir? Was für dich? Ich glaube, ich hoffe, ich habe einen Schrapp. Bist du Zeit. Du siehst viele davon. Du bist ein Schrapp, John Marston. Er ist ein Schrapp, Abigail. Wir alle wissen es. Jetzt. Der Mann. Bill. Jetzt gehst du vor. Auf der Wasserstrahlung. Just vor dem Tunnel. Das ist kein Problem. Warum machen wir das? Die weather ist geschehen. Wir können weg. Ich dachte, wir sind unten. Ja. Komm schon. Was willst du von mir, Josea? Ich möchte nicht mehr Menschen sterben, Dutch. Wir leben, Josea. Wir leben. Wir leben. Wir leben. Wir leben. Wir leben. Auch du. Aber wir brauchen Geld. Alles, was wir haben, in Blackwater. Du willst du nach hinten gehen? Nein. Wir leben. Wir leben. Ich versuche dich zu verbreiten. Ich wollte nur mit dem Plan, der war zu liegen, und dann zurück nach Westen. Jetzt, plötzlich, wir müssen ein Schrapp. Was haben wir? Leviticus Cornwall. Kein Worte, Dutch. Wer ist Leviticus Cornwall? Er ist ein großer Magnet, der Zucker-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left. Ja, Sounds like he has more than enough to share. Dutch. Herr an! Es ist Zeit für uns etwas zu tun. Mach deinen Busen bereit. Wir haben einen train zu fahren. Dann geht's. So was mir fehlt, ist der Hut. The train will be coming north, from Big Valley. We're gonna pick it off after it crosses the border into the Grizzlies. There's a raised spot there that should give us good vantage. Charles, you'll keep lookout for any outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good. I'll take the driver and engineer, then run point. Lenny and Javier, you two take the front cars, deal with any guards. Arthur and Micah, you head straight for the back. That's what we're after, Mr. Cornwall's private car. You and me, Morgan. Great. Have you got a problem with that? Not if you keep your head for once. You worry about yourself, huh? Enough. After Bill blows the tracks, we're gonna need to move fast. Is everyone clear on what they're doing? Yep. Crystal. Yes, boss. Good. Now, come on. Let's ride. Okay, so I'm going to get this out of my name, so I'm going to have one. Oh, my God. Out of the snow? Oh, finally. Feels good, doesn't it? But we need to get this done fast. Now it's thawing. Before anyone gets up here after us. Oh, look at you boys. See? This is what I call a crew. Michael Bell. Charles Smith. Arthur Morgan. Javier Escuela. What about young Lenny here? Always the first man on his horse. Just happy we're back at him, Dutch. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. That goes for all of you. No mistakes. Not again. So we do this, then we go back to Blackwater to collect. How many times you gonna ask the same question, Micah? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. We go back when I say we go back, and that's the end of it. The money's safe. You'll just have to trust me. And if the O'Driscolls are right, there'll be a stack of railroad bonds on this train. Good money, once we work out how to cash them. Now everyone, shut up, and get your mind on the job at hand. Come on. There's a water tower. Hold up here on the ridge. Hold. Hold. Whoa! Is Bill there? Yeah. You want to head down? See how he's getting on? Okay. Was ich sagen wollte, ich habe irgendwo meinen Hut verloren. Im Normalfall kann man... ...sollte man irgendwo im Inventar... ...den aufsetzen können. Ja! Vielen Dank. Vielen Dank. Kann nicht zu schwer sein. Okay, das war einfach... Okay, boy, let's go. What's going on? He says, oh, fine. We'll soon find out. Everything okay? Okay. I think so. Okay, cover your faces. Train should be here any minute now. Gentlemen, it's time. Good luck. Follow you. You all know what to do. Here we go. Shit! No! What? God! Oh, you've got to be kidding me. Where did you find that moron? You said it was fine. It was my fault. Come on! You're pathetic. You know that? Hey, we springen wieder auf den Zug. Und die wollen nicht so schwer sein. Here we go! No! Oh! Oh, shit! Put me up! Help! Ich habe ihn. Jetzt stopp' die anderen. Oh, shit. Ja, du bist okay. Jetzt gehen wir das Ding runter. Wo ist Javier? Er ist weg. Die anderen werden ihn holen. Nein, wir müssen den Schrauben stoppen. Es gibt noch einen Schrauben vor. Du willst mich nehmen? Ja, du gehst. Okay. Hey! Oh, shit, wir haben ihn. Wie viele hast du gesehen? Jetzt! Wie ist das passiert? Das ist real als es geht. Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Ja, ich bin gut. Was war Bill? Er hat lange genug genug für diese Schrauben. Na ja, ich habe den Schrauben, aber wir werden nicht sagen. Das war's. Das ist es, du blöchst! Du bist nicht nach mir, du blöchst! Du wirst nie wieder rauskommen! Shit! Du hast ihn? Ich habe keinen Schuss! Ich stehe! Wir müssen den trainen stoppen! Okay, Arturo! Du bist weg, ich habe andere Kind! Okay, Arturo! Du bist weg, ich habe andere Kind! Geht's! Okay, Kopfschuss! Ich weiß es nicht! Ah, verdammt! Schau, sie kommen aus dem letzten Auto! Wir werden rausgehen! Oh, ich weiß wir sind! Hey, da sind die anderen Leute! Du wirst du sterben, oder? Oh, das ist ziemlich mieser! Oh, okay! Okay, es wird noch ein bisschen Zeit brauchen, bis ich mich ja hier an die neue Steuerung gewöhnt habe. Komm schon! Komm schon! Sie beide gut? Ja, wir holen die Geld und gehen. Wir haben einige Leute in dieser letzten Auto. Ah, scheiße. Was sind die Leute, die Leute zu machen? Hör auf mich. Wir wollen keinen von euch töten. Einen mehr von euch. Ich gebe dir meine Worte, aber glaub ich mir, wir werden. Ich arbeite für Leviticus Corbett. Komm schon, Leute! Wir haben unsere Worte! Okay, du hast es gefragt. 5, 4, 3, 2, 1. Wir haben unsere Freunde, wir sind zu schmerzen. Wach sie ein bisschen! Wach sie ein bisschen! Das ist genug! Mr. Williamson, gib mir Mr. Morgan und Mr. Smith ein Dynamite. Sie zwei Jäuern, gehen wir die Tür öffnen. Jetzt geht es nicht zu viel zu uns, aber die Jäuern in da, vielleicht wollen wir einen Schritt zurücknehmen. Sieht gut genug. Jetzt fangen wir die Füße an. Hier geht's. Unless du hast ein Geist, ich gehe zurück. Okay, komm! Komm schon! Just walk on out of here! Wir wollen nicht töten Sie. Wir wollen nur einen Geist. Wir wollen nur einen Geist. Wir wollen nur einen Geist. Komm schon da hin. Search auf diesen Geist. Look at this place! It's like a palace. Now I've seen everything. Oh, you two got the safe? I'll search the rest. Oh, yes. Should be easy as cake. You're just gonna stand there, kid. Pour me some brandy, will ya? I'm parched. Shut up. Me and Arthur did all the work. Yeah, kid did good. Didn't see you rushing to jump on that train. He's king. I'll give you that. Okay. Let's see if we can get this open. Come on. Come on. Get in there. There. See? That's how it's done. Shit. Just a pile of papers. What? I don't think so. Make yourself beautiful. At least we all know you can read. Gimme those. Railroad contracts. You got anything? Not really. Sugar imports from the Spanish West Indies. That's what I'm saying. 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 I'm not robbing another foe. As long as I live. Have you checked all the drawers and cabinets? I think I got them. Nice. Well, thank God. Come on. Thanks. I didn't see. Okay. Most of the drawers are gents. Wait. I'm sorry. Okay, ich kann gar nicht mehr mittdragen. Es ist egal für dich. Möge sie, schau sie hier. Geh sie mit dir auf den Trenn. Echt sicher, dass sie keine Leute nach uns hinterlassen. Okay. Wir sehen uns zurück in den Kampen. Wenn du zurückkommst, werden wir weitergehen. Der Rest von dir! Wir fahren! Geh! Okay. Geh auf den Trenn. Quick! Alle! Einige Ideen, dass ich alle drei töten töten habe. Geh sie. Komm schon! Geh sie! Wir werden nicht sagen. Ich versuche sie! Ich sagte schnell! Wenn ich so viel wie ein Footstep von diesem Auto gehört habe, dann wird dir alle deine Freunde aus hier sein. Okay. Ich halte nun eigentlich die Fähigkeit haben, diese Typen zu niederschlagen oder zu töten. Ich halte nun die Fähigkeit. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Ich halte nun die Fähigkeit. 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 So es geht nicht. Ich halte nun die Fähigkeit. dass man hier die diese drei Typen niederschlagen kann. Eigentlich wollte ich diesen Typen nicht umbringen, aber falscher Knopf. Und ich musste diese Sachen plündern, denn jetzt habe ich keine Zeit mehr, denn jetzt ist eigentlich per se die Mission schon abgeschlossen. Okay, so und das war es noch für, wer zum Teufel ist, Leviticus Conval. Das war's für heute. Das war's für heute.